Hier, wo man sich kennt und wo man miteinander anpackt wo man abhebt und doch auf dem Boden bleibt wo die Wirtschaft vielfältig ist und das Leben sowieso wo es gute Luft gibt und schöne Aussichten und sogar ein Paradies Hier ist der Thurgau Und hier ist auch die Thurgauer Kantonalbank Eine starke Bank, die wichtigste im Phantom Seit 1871 begleiten wir die Menschen in unserer Region Verlässlich, engagiert und nahe bei den Leuten Wenn Chancen auftauchen und die Türen aufgehen Wenn es darum geht, mutige Ideen umzusetzen Wenn es Zeit ist, zu wachsen und grösser zu denken Dann braucht es eine starke Partnerin Was einem versteht und vorausdenkt Wir von der Thurgauer Kantonalbank sind da was es uns braucht Wir bauen das Fundament für solide Entscheid Auch dann, wenn das Leben neue Wendungen bringt Wir wissen, was Wert bedeutet Weil wir selber für unsere Werte einstehen und Hand in Hand arbeiten Wir übernehmen Verantwortung und bleiben in Bewegung Weil wir heute schon mal umdenken Wir engagieren uns für die Vielfalt im Kanton und bringen Menschen zusammen Für eine starke Wirtschaft Für einen lebendigen Kanton Für das ganze Leben Für eine starke Wirtschaft Für eine starke Wirtschaft Für eine starke Wirtschaft